ARD Text im Auftrag von Funk Hallo, ich bin Marcel und wir machen hier einen Online-Ernäuren heute auf dem Grand Tourismus. Los geht's! Soll ich mir das testen, ob sie Raut aufnimmt? Soll ich mir das? Oh, Abrams! Okay. Das ist schon nicht einfach mit Watschreifen hier. Ui, sorry, ich bin mit dem Viertel gefahren. So. Da ist immer noch 70. Ja, wir gehen da schon nochmal. Ui, Vollbremse müssen wir machen. Ich habe mich halt ein bisschen hinterher geholt. Und bin gefahren halt. So, ich muss sehen. Warte, ist auch der 12? Überholt? Oder habe ich den überholt? Ich bin gar nicht mehr sicher. Ui, Vollbremse müssen wir machen. So. So. Ich habe vielleicht ein Chaos gehabt. Er hat da vorne schon eine Strafe bekommen. Der Seblo. Der Seblo. Der Ere Queen werden den homeworken. Beäh. So. Schön am Kurfen. Schön. So, genau. Schön. Ui, Sorry. Hinter konnt... Was? Hm, es war auch hintenaspmit. À, aus der Straf gesessen gibt für die halb Sekunde. Denk mich wirklich viel. Ich freue mich, dass hinter mirquietschen ist. Und dann hat er angefahren. Es ist nicht so einfach, jetzt schnell bist du mit der Matscherei von der Rutschkette voll. Ja, ja, das Auto verrenzt. Da, vier Wege. Jetzt auch ein paar. Oh nein, da kommt die erste Begrenzung. Jetzt wo eine Abbremsung läuft, ja. So, jetzt ein bisschen gehen. Ui, jetzt auch ein bisschen gerät. Ui, er hat durchgehangen. Ja, genau. Ah, das hat davon schon eine Strophe von drei Sekunden. Äh, durch den Emsen haben wir Schade. Ja, das ist der zweite. Und er hat auch den Strophe kassiert. So schön fahren. Äh, das soll ich noch mal haben. Ui, ich bin angehängt. Dörf, ich bin angehängt. Kurven und Brausen Ui, sorry Strafkassiert 10 Sekunden wieder Fies Was habe ich nicht verdient? Ich bin nicht so direkt reingefahren Jetzt habe ich auch direkt eine Strafkassiert Nein Ich habe auch eine Strafkassiert 10 Sekunden im Reingefahren bin Vorne ist auch 2 Dritten zu kämpfen Ui Ui Nein, schade Und die Strafkassiert Schön, genau jetzt Jetzt habe ich es da oben raus Schön rumheben rumheben Gehen um den Strassenrand Sein schön fahren Z-Platz Z-Platz Heimbringen Ding ist gerade niemand Das ist gut Ja, anderthalb Sekunden hinten rein Aber Wie lange nicht so gut sein Ich bin ja schnell Gehen um den Strassenrande nicht rein Uaaaaaah Ich bin ein bisschen zu fest Ich will Gas geben Hier haben wir schon Hier ist eine Strafkassiert Jetzt haben wir noch keine Strafkassiert bis jetzt. Eieieieiei Das war verdammt knapp. Jetzt hat es noch einmal gegeben. Das habe ich noch nicht bekommen. Das sind 3 Sekunden. Das ist wieder verdammt. Die E.B. ist hinten. Okay, hinten mir. Genau, wieder gezwungen. Oh, jetzt hat er mich überholt. Oh nein. Sechster Platz ist das. Okay. Oh, bremst du. Oh, bremst du. Eieieiei. Nein. Boah, danke fürs Drängeln. Es wird schon viel drängelt. Dass man es auch kann. Der Umgang vor, komm. Ich habe ein bisschen Gas. Boah, jetzt ist ein Drang. Jetzt können wir fahren. Ja, 11. Ich bin jetzt 11. Ich war noch 10. Ich bin jetzt falsch. entylch. Zaust. refract stark. Ich hat jetzt wieder richtig gestiegen. Ich bin jetzt nicht direkt reingefahren. Na, Oh, hin geht draschein, neben draschein Ok, haben wir aufs Qualifying gemacht Geht das richtige Rennen los? Schau mal, die haben wir schon jetzt können Ah scheisse, wir können noch bremsen Oh, ein sauren Chaos Das ist 3 Sekunden Straf Der Ford ist schon 9 Boah Boah, verdammt Straf Ja, da ist eine Straf Geformiert Verdammt Sauren Chaos Boah, nein, jetzt vom Hingrich Ah, vorne ist gerade der 10 Wird noch überholt Oh, da wird gemüfft Ja, toll, danke für das Müpfer, bekommen wir eine Straf 1 Sekunde geht zwar noch Oh, 3! So habe ich jetzt 3 Sekunden bekommen, jetzt sind sie drauf Dann darf ich jetzt 2 und 2 Ah ja So Ja, da sind wir jetzt 2 auf die Letzte Schade, schade So, gib Gas wieder Ja Boah Jetzt dachte ich mir so schön durch Mist Ich kenne die Straf Höh, gelbe Flagge, aber Ah, überholt Höh Vorher meinten sie sind blaue Flagge Sorry, falsch genommen Also 10 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 auf den Platz gut, da ist noch nicht komisch, da vorne die Scheiße gibt das, gibt das, gibt das auf den Platz, jawoll voll schön gut, so gut gar nicht, ich füsste auch vorne mit hier was, 24 Sekunden boah, das ist ja so weit vorne oh, oh ich muss heute vorne ich muss vorne sonst verblinken ich bin hier vorne oh, sorry ich habe dich hier vorne lassen ich bin hier vorne fast aaaaaaah schön, schön, wie man hat schön aaaaaaah 50,8 kommt ein Vorsprung gibt es hier vorne oh, das ist ja auch zusammengefahren hier hier ah, das ist ja auch auf dem Platz da vorne wir müssen nicht mehr nach dem da kommt keiner mehr hin wo, wo ist immer noch blaue Flagge du kannst da schlecht ausweichen ich habe keine Angegenden also komm jetzt alle durch mit blauen Flaggen ah, jetzt sind alle endlich durch ich muss wieder ein bisschen Gas geben ja, schon wieder die blaue Flaggen hey, hey dann kommt da noch von hinten dann kommt da noch von hinten was, Strophe ich bin gar nicht angekommen drei Sekunden drei Sekunden hey, geh weg da ja, toll Strophe kassiert zwei Sekunden und und da eigentlich danke das wegschieben äh fahrer füllen da doch, ich komme ist da vorne und, das ist noch jetzt 1 Straf hat sich vermildert aber nein so ab hier ist 11 ab fliege wie wird die Runde nicht immer Nee. Das ist der vor mir, aber er hat noch eine Strophe, die ich kassiert habe, dann kann ich ihn ein bisschen nach vorne. Ey, fies. Oh, danke. Oh, zack. Ich glaube, ich habe die Flagge über den Haufen geblattet. Jetzt habe ich noch eine Vollbremse. Und dann auch noch eine halbe Sekunde. Straf hier vorne. Wow. Und die Haufen geblattet. Super. Ja, ja. Jetzt hat er nichts mehr für die Rückstangenhaufen. Die letzte Runde schon. Okay. 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 Jetzt habe ich eine halbe Sekunde Straf kassiert. Nein. Oh, eine halbe Sekunde. Boah. Du Cade. Ich konnte ihn wegchecken, oder was? Ja, toll. Ich habe meine Chance. Gib Gas. Genau. Danke. Und gib ihm. Gib ihm. Ja. 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 Auf dem Platz sind wir. Leider nicht so weit entfernt. Kommen die hier zu der Haufen. Die sind dann. Und hier ist Straf gekassiert auch. Den Elftenplatz hat es seit Vöder kamen. Ich denke, ich beende hier das Video, ich hoffe es hat euch gefallen, wenn dir noch eine Leidkasse gefallen hat, dann lasst mir das Abo da, tschüss zusammen.